Der 1. FC Kaiserslautern konnte sich tatsächlich ablösefrei die Dienste des Champions League erfahrenen Europa League Siegers Almami Touré sichern, der seit dem Ende seiner Zeit in Frankfurt im Sommer vereinslos war und nun einen neuen Verein ebenfalls in Deutschland gefunden hat. Und das tatsächlich eine Liga tiefer in Liga 2, was für mich ein echter Krachertransfer ist, weil auch wenn er recht verletzungsanfällig ist, da kommen wir gleich noch zu, so hat er dennoch eine enorm hohe Qualität, die ich jetzt nicht unbedingt in der 2. Liga gesehen hätte. Klar, es gab vor der Saison schon Gerüchte zu Schalke. Ich persönlich habe ihn vor der Saison zum VfB geredet in einem Transfervorschläge-Video. Gut, die sind seinem Niveau jetzt vielleicht ein bisschen entwachsen, da war es eine andere Entwicklung. Aber in Liga 2 hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt gesehen. Vor allem ist er mit Kaiserslautern ja jetzt nicht unbedingt im Aufstiegskampf, zumindest derzeit. Vielleicht können sie es dank ihm ja doch noch hochschaffen. Ich meine, da sind die Mannschaften ja auch recht eng beieinander und man hatte jetzt einfach eine schwache Phase. Vielleicht kommt man ja nochmal hoch. Aber um bei Touré zu bleiben, so kann man, was seine Position angeht, sagen. Er ist wirklich ein Hybrid aus Rechtsverteidiger und Innenverteidiger. Kann da eigentlich je nach System, ob 3er- oder 4er-Kette, alle Positionen begleiten. Die Idealposition, habe ich auch schon im Sommer gesagt, ist für mich der rechte Innenverteidiger in einer 3er-Kette. Und genau die gibt es ja in der aktuellen Spielweise unter Dirk Schuster, denn da spielt man jetzt eigentlich permanent 3er-Kette, in die Almami Touré perfekt reinpasst auf der rechten Seite. Kommen wir nun also dazu, wie er diese Rolle dann ausüben wird. Dazu bin ich jetzt mal etwas weiter zurück in die Saison 19-20 in der Bundesliga, was die Statistiken hier betrifft. Ich habe euch hier mal seinen FB-Ref-Bericht eingeblendet. Klar, das ist jetzt schon länger her. Man könnte argumentieren, dass sein Niveau nachgelassen hat von da. Aber auch in der vergangenen Saison hatte er da eigentlich noch ähnliche Zahlen aufzuweisen. Ich habe jetzt einfach mal das genommen, weil er da deutlich mehr Minuten gespielt hat, was dann einfach nochmal deutlich repräsentativer ist. Bei ihm sind dann eben die Statistiken auch teilweise noch ein bisschen verzerrt, weil er oft sowohl als Innen- als auch als Außenverteidiger eingesetzt wurde. Dennoch kann man auf jeden Fall sagen, dass er zum einen auf jeden Fall sehr kopfballstark ist, vor allem wenn man schaut, er ist nur 1,83 Meter, kann sich da in Luftduellen aber dennoch echt gut durchsetzen. Gegen den Ball ist er zum einen im tiefen Verteidigen ein solider Zweikämpfer, aber vor allem wenn man hoch anläuft, hat er da wirklich viele erfolgreiche Offensiv-Zweikämpfe. Wahrscheinlich waren die eher als Rechtsverteidiger, aber auch ansonsten ist er wirklich immer nah am Mann dran. Hat er eine hervorragende Zweikampfführung, weshalb er dann eben oft auch den Ball gewinnen kann. Zudem kann man ihn gut in einer hohen Linie spielen, also wenn man vorne den Gegner hoch anläuft, kann auch die Verteidigung hoch stehen. Er ist jetzt nicht der Allerschnellste, aber für einen Innenverteidiger ist er auf keinen Fall langsam und deshalb kann man mit ihm da auch deutlich höher stehen, würde ich jetzt mal sagen, je nachdem wie da der Matchplan von Lautern ist. Sein Spiel ist grundsätzlich recht körperbetont, aber dabei ist er trotzdem recht fair, also bekommt wenig gelbe Karten, zudem zieht er auch relativ wenige Fouls, ist aber dennoch gut in den Zweikämpfen drin, also da hat man auf jeden Fall einen guten Zweikämpfer. Zudem hat er einige gute Offensivaktionen, ist da torgefährlich, kann aber auch Tore vorbereiten, wenn er mal vorne mit dabei ist, aber in der Dreierkette wäre das jetzt nicht allzu oft der Fall. Da ist dann eher die Frage im eigenen Ballbesitz, wie man den Ball nach vorne bringt. Da kann er zum einen den Ball recht solide treiben, also mit Ball am Fuß nach vorne drippeln, da ist er echt gut drin. Was sein Passspiel angeht, da haben wir hier so eine kleine Schwäche, was seinen Spielertyp angeht, denn er hat zwar teilweise echt gute Raum gewinnende Pässe in seinem Spiel drin, also progressive Pässe, die wirklich auch linienbrechend sind, aber die nimmt er sich oftmals ein bisschen zu oft und teilweise ist es zu riskant, dann klappen sie nicht. Weshalb er auch eine relativ schwache Passquote hat, nimmt er oft zu viel Risiko und generell ist seine Präzision im Aufbau- und Kurzpassspiel noch ausbaufähig. Aber nochmal, das sind ja Statistiken aus der Bundesliga-Saison damals, also im Vergleich zu seinen Positionskollegen in der 1. Liga, was wiederum bedeutet, dass er in der 2. Liga dennoch zu einem der besseren Passspieler gehört, auch wenn er es in der 1. Liga nicht war, aber da ist dann doch schon nochmal ein Niveauunterschied, vor allem weil ich echt nicht damit gerechnet hätte, dass er jetzt in der 2. Liga plötzlich auftaucht. Das bringt uns auch zum nächsten Punkt, denn da werden jetzt viele vielleicht sagen, ja okay, der war ja so oft verletzt, deswegen ist er qualitativ auch schlechter, nimmt jetzt einen Rückschritt in Kauf. Da sage ich, ja, ich habe jetzt hier mal seine Verletzungshistorie, das stimmt auf jeden Fall teilweise, der war sehr oft verletzt, aber wenn er gespielt hat, hat er eigentlich schon noch ein recht hohes Niveau. Vor allem war er dann unter Trainer Klasner zum Ende dessen Amtszeit nicht mehr wirklich gefragt, er hat ihn eigentlich nicht mehr eingesetzt, obwohl er fit war und eigentlich, wenn er gespielt hat, auch die Leistung gebracht hat, wie ich finde. Und auch beim Europa League Run, wo man dann letztendlich den Titel holen konnte, wirklich am Ende ein entscheidender Bestandteil der Mannschaft war, ebenfalls auf dieser rechten Seite in der Dreierkette. Und klar, er war dann nochmal verletzt, wie wir hier sehen, und hat da schon seine Probleme gehabt. Aber ich glaube, rein von der Qualität kann er Lautern da auf jeden Fall enorm weiterhelfen. Die Frage ist jetzt halt, was seine Kondition betrifft, wie fit er sich gehalten hat in der Zeit, wo er vereinslos war. Da habe ich natürlich keine Einblicke, aber über kurz oder lang sollte er es auf jeden Fall in die Startelf schaffen von seiner Qualität, wenn er dann eben auch fit bleiben sollte. Und dann kann er die FCK-Abwehr sowohl defensiv als auch offensiv nochmal auf ein neues Level heben. Das soll es aber soweit gewesen sein zu Almami Touré selbst. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr eben FCK-Anhänger seid, wen er denn aus der Dreierkette verdrängen könnte. Ich weiß, es gibt da Soldo, Kraus, Tomiak und Elwedi. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe zu wenig von Lautern gesehen diese Saison, als dass ich jetzt bewerten könnte, wen er da am ehesten verdrängen könnte. Je nachdem, könnte Almami Touré vielleicht auch auf der linken Seite spielen. Habe ich jetzt noch nicht von ihm gesehen. Ich glaube, sein schwacher Fuß ist jetzt auch nicht der beste. Müsste man schauen. Aber schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Transfer, wie gesagt, in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.